Hey und willkommen hier zum sechsten Teil zum DSIMS 4 CC erstellen Tutorial. Ich bin Daniel von SimFancy und in Zusammenarbeit mit Shayan zeigen wir euch heute auch wieder, wie ihr selbst Scherzobjekte, Böden und so weiter für DSIMS 4 erstellen könnt. Hi Shayan. Hallo zusammen. Ja, heute geht es weiter. Heute wollen wir ein Weltenobjekt, also ein Objekt, welches es nicht im Kauf- und Baumodus gibt, sondern nur in der Welt halt eben rumsteht. Das möchten wir für den Kauf- und Baumodus verfügbar machen und dazu müssen wir das konvertieren. Genau, richtig. Dafür gehen wir wieder in den 3D-Mesh-Bereich und klicken halt auf Objekt. Jetzt werden uns alle Objekte geladen, die wir im Kaufmodus finden. Wir wollen aber ein Weltenobjekt importieren. Also gehen wir auf Show Debug Items und gehen wir auf Groß. Und jetzt sind wir hier alle Objekte, die es in der SIMS-Welt zu bieten gibt, also die man in den SIMS-Welten finden kann. Zum Beispiel hier Hydranten, das Schiff, was in Willow Creek rumschwimmt, ganz viele Steine und Dekorationen. Wir finden aber auch einzelne Objekte, zum Beispiel hier diesen Rührstab oder ein Stück Melone oder so ein Mixbecher. Das sind die Objekte, die die SIMS bei den Animationen verwenden. Das sind diese Debug Items, die auch Daniel in seinen Let's Builds manchmal benutzt, um die Gebäude schöner zu dekorieren. Ja, die kann man mit bb.showhiddenoptics freischalten, aber manche davon gibt es, wie du schon sagst, nicht im Kauf- und Baumodus. Und was nehmen wir denn? Was konvertieren wir denn heute? Also viele haben sich eine Palme gewünscht, und zwar die Palme, die man auch im Großstadtleben findet. Und genau, die gibt es einmal hier, aber die gibt es auch schon im Base Game. Und zwar in Oasis Springs stand die Palme auch schon mal. Und die gibt es halt nicht im Baumodus. Und deswegen denke ich mal, nehmen wir gleich die hier, oder? Ja, ja, cool. Gut, also wählen wir das Objekt aus, klicken auf Next und geben dem Ganzen einen Namen. Ich nenne das jetzt einfach mal Weltpalme. Die Palme von Welt. Damit wir unterscheiden können, welche ist jetzt die Palme aus dem Welten-Modus, welche ist die Palme aus dem Kauf-Modus. Und ich speiche das jetzt ab. Und jetzt haben wir hier unsere 3D-Ansicht. Und wir sehen auch schon, komisch, warum es an den Stellen hier blau. Das liegt daran, weil der ganze Baum aus Platten besteht. Wenn wir jetzt hier in den Warehouse gehen und uns das Modell mal anschauen, ohne Textur, dann sehen wir, dass die ganze Palme hier aus Platten besteht. Die Palmenblätter. Und die Textur sozusagen nur draufgezogen wurde. Ja. Das ist auch mal ganz interessant, das zu sehen, wie das funktioniert. Eigentlich sind so Platten und wo keine Blättertextur ist, da wird es dann nachher transparent. Aber das Objekt selber ist quasi diese Platten, wie du schon sagst. Genau, richtig, ja. Ja, hier finden wir auch die Textur übrigens. Und ganz interessant, auch hierbei zu sehen ist, es gibt hier auch wieder diese drei Stufen, wie wir auch schon gestern gesehen haben. Und da sind halt jetzt die ganzen einzelnen Qualitätsstufen. Wo es der Unterschied zwischen Kaufmodus und Weltenobjekt ist, dass hier die letzte Stufe nur ein Bild ist. Also, wenn man weit genug weg geht, dann sieht man einfach nur, wie ein ganzes Bild eingeblendet wird und kein Modell mehr. Das ist sozusagen nur eine Platte. Und hinten, naja, einfach nur ein Bild. Ja, und das machen die halt deswegen, damit man insgesamt mehr Speicherkapazitäten hat, beziehungsweise, dass der Rechner halt schneller läuft. Aber wir plösen dann uns jetzt erstmal hier die einzelnen Modelle. Und ich denke, wir nehmen erstmal nur das erste hier. Ja. Das exportieren wir uns, da wir ja nur das Modell brauchen. Und das nehme ich jetzt einfach mal Weltpalme. Modell 1 oder Modell 0 in dem Fall, weil es halt high, also hochqualitativ ist. Das speichern wir ab. Und wenn es exportiert ist, holen wir uns noch schnell die Textur. Und genau, die ist halt auch so hier aufgebaut. Also man sieht hier, es wurde hier insgesamt viel kopiert. Es gibt nur einmal diese Palme. Das heißt, die wird an vielen Stellen mehrfach benutzt. Und ja, die nenne ich jetzt einfach mal Texturweltpalme. Die speichern sich da, die sparen sich da Speicherplatz, indem sie einfach so ein Palmblatt dann nur eine Ecke machen und dann eben viermal wiederholen. Richtig, genau. Im Kreis dann, ja. So, jetzt haben wir uns alles zurecht geklaut. Also einmal die Palme als Modell und einmal hier die Palme als Textur. Und jetzt können wir eigentlich diese Datei schließen. Diese brauchen wir nicht mehr. Und wir suchen uns ein neues Objekt, was sozusagen dieses Ganze ersetzt. Also gehen wir jetzt wieder in den Create-3D-Mesh-Bereich und wählen uns ein Objekt, was es im Kaufmodus gibt. Und da gibt es also eine ähnliche Palme schon mal. Also gehe ich hier einfach auf den Filter raus. Und jetzt sind wir hier im normalen Kaufmenü-Bereich wieder. Und ich denke, da ist doch die ganz passend hier. Ja, die ist ganz gut. Ja, die können wir auf jeden Fall nehmen. Ist immer ganz gut, auch wenn man Objekte nimmt, die ähnlich sind wie das Objekt, das man erstellen möchte. Dann hat man gleich auch schon die richtigen Kategorien und ja, die verhält sich dann auch gleich und so. Das ist dann unsere Kaufmodus-Palme, nennst du die hier. Ja, man kann es ja immerhin noch später wieder umwenden, wenn es einem jetzt nicht gefallen sollte. Also wir wollen jetzt das Modell von der Weltenpalme mit der Vorlage von dieser Kaufmodus-Palme. In diese Kaufmodus-Palme wollen wir das Modell reinpacken von unserer neuen Palme, von unserer Weltenpalme und dann das neu abspeichern. Das ist so der Plan, so mal grob. Genau, richtig. Also hier gehen wir jetzt wieder auf Meshes und sehen, auch hier gibt es einige Stufen mehr. Aber na gut, da muss man halt schauen, wie man kommt. Wir wählen uns erstmal hier den obersten, den obersten Mesh aus, also die höchste Qualitätsstube wieder. Die exportieren wir wieder, da wir Daniel schon gesagt hat, jetzt das Objekt mit dem anderen ersetzen wollen. Also Kaufmodus-Palme und dann, naja, wieder Modell. Erklär mal kurz bitte, warum wir hier jetzt nicht direkt den Mesh importieren von unserer Weltenpalme. Genau. Also das liegt daran, wie wir schon letztes Mal gesehen haben, haben die meisten Objekte so eine Plane drunter. Bei Pflanzen und anderen Dekorationen ist das in dem Fall nicht so. Eine richtige Erklärung gibt es dafür eigentlich nicht. Aber das hat halt damit zu tun, im Weltenmodus gibt es kein Gitter, also wonach sich die Entwickler richten müssen. Man kann sich das so vorstellen, die Entwickler haben die ganze Zeit die Alt-Taste gedrückt und können die Sachen ohne irgendwelche Gitter zu befolgen einfach platzieren. Wir im Kaufmodus sind aber ein bisschen eingeschränkter. Das heißt, wir müssen uns in erster Linie an die Gitter halten. Deswegen müssen wir uns ein Objekt nehmen, was sozusagen dieser Gitterregeln befolgt. Und deswegen müssen wir es quasi erstmal mit Blender öffnen. Genau. Und dort die Textur, genau, das machen wir jetzt. Genau, ersetzen. So, jetzt sind wir hier in unserem Dateiordner und wir suchen uns die Kaufmodus-Palmer, weil wir ja die beibehalten, also wir behalten den Namen bei, aber wir ersetzen jetzt den ganzen Mesh. Hier wurden alle Regeln beibehalten, also hier ist auch der Rig, der dann zeigt, du bist hier in der Mitte und du musst dich nach dem Gitter richten und so. Und jetzt gehen wir hier in File und wollen ja den anderen Bauern mit einfügen. Also gehen wir auf File und dann auf Append. Und jetzt haben wir hier unsere Dateien und ich suche hier nach unserem CC-Tutorial Ordner. Und nochmal eins hoch, oder? Achso, hier war es ja genau, stimmt. Also die Welt-Palmer-Modelle, das suchen wir uns raus. Jetzt genau hingucken. Wir haben jetzt hier, jetzt bereit uns Blender, welche Datei brauchst du denn jetzt aus diesem Mesh-Ordner? Und wir gehen hier bei Objekt rein und dann müssen wir uns die einzelnen Meshs angucken. Das sind hier die Lampen, das ist der Punkt, der uns zeigt, wo sich das Objekt, wo das Objekt ausgerichtet wird und hier unten sind die Meshs. Ich suche mir jetzt mal das Untere aus, weil das auch wie bei unserem Objekt hier an der gleichen Stelle ist. Also haben wir uns jetzt hier den Ast rausgeholt. Den Stamm, ja. Genau, den Stamm hiervon. Und jetzt holen wir uns noch die Blätter, also machen wir das gleiche Spiel nochmal, also Pfeil und dann Append. Und holen wir uns jetzt noch Studio Mesh 1 rein. Also das Objekt, das Objekt Weltenpalme besteht aus zwei Meshes. Das Objekt besteht aus zwei Meshes, einmal dem Blätterkopf quasi und einmal dem Stamm. Genau. Jetzt sieht das hier ein bisschen sehr durchgewühlt aus, das ist aber kein Problem. Das können wir gleich unter Kontrolle bekommen. Also schieben wir jetzt einfach das Originalmodell, also die Kaufmoduspalme, die hier orange markiert ist, die schieben wir jetzt einfach mal ein bisschen beiseite. Schauen wir, wo sie ist. Hier. Genau. Den Stamm markieren wir jetzt einfach. Das habe ich mit Rechtsklick gemacht und schiebe den ein bisschen beiseite. Das gleiche mache ich auch mit den Blättern. Das ist Studio Mesh 0. Also ich habe wieder mit Rechtsklick ausgewählt und schiebe das auch wieder ein bisschen beiseite. So. Und hier jetzt. Und jetzt verbinden wir die Objekte miteinander, sodass wieder nur zwei Ebenen vorhanden sind. Und dass die alten Blätter mit den neuen Blättern quasi verbunden werden zu einem Mesh. Genau. Und am Ende können wir dann das, was wir nicht wollen, wieder rausschneiden, so wie wir es gestern gesehen haben. Also jetzt suche ich mir die Blätter aus. Also ich muss erst mal die Blätter miteinander kombinieren und dann die Stämme miteinander. Also das wäre jetzt hier das Blatt Nummer 1. Also Studio Mesh 0. Und hier haben wir den Studio Mesh 1.0.1. Wir wollen jetzt aber das Ganze in Studio Mesh 0 verwandeln. Also markieren wir Studio Mesh 0. Da wird das markiert. Klicken mit Shift auf Studio Mesh 1.0.1. Jetzt sind hier beide markiert. Und wir wollen die verbinden. Dafür gehen wir hier unten auf Objekt oder Object halt. Und klicken auf Join. Jetzt hat es nicht ganz geklappt. Wir wollen hier den Punkt 0 haben. Also machen wir es nochmal rückgängig. Und probieren es andersrum aus. Also klicken wir es nochmal hier an. Und dann oben. Wieder mit Shift-Klick. Es sind wieder beide markiert. Probieren das Ganze nochmal. Wieder mit Join. Und es hat geklappt. Also jetzt ist hier der Punkt 0. Also das Ganze wird jetzt unter Studio Mesh 0 erkannt. Jetzt wenn ich jetzt hier aus- und einblende, sehen wir, dass beide miteinander verbunden sind. Und so müssen wir das machen. So müssen wir das machen. Auch mit dem Stamm. Aber das muss nachher auch der Original. Also die Originalebene muss nachher die neuen Palmblätter beinhalten. Also wir haben am Anfang S4 Studio Mesh 0 und müssen am Ende auch S4 Studio Mesh 0 dann wieder haben. Genau, richtig. Sonst kommt das Spiel nicht klar. Oder es wählt sich nochmal den alten Baum raus. Und ja, da gibt es viele Komplikationen. Das wäre halt doof. Das Gleiche machen wir jetzt nochmal. Also die beiden Stämme hier. Wieder mit Shift-Klick auf das andere Objekt. Und dann klicken wir wieder auf Objekt und Join. Und jetzt hat es diesmal sofort geklappt. Also jetzt wird das wieder als Studio Mesh 1 erkannt. Wenn wir jetzt wieder ausblätten, sehen wir einmal, wie Stämme sind miteinander verbunden und die Blätter. So und das Einfachste, was wir jetzt noch machen müssen, ist einfach das, was wir nicht haben wollen, dass wir in dem Fall das Orange hier, einfach rausschneiden. Jetzt sind wir hier im Studio Mesh 1 Bereich. Also gehen wir jetzt hier vom Objektmodus in den Edit Modus. Und wir sehen jetzt hier sind die Stämme markiert. Ich drücke die Tasten A und B, habe das Fadenkreuz hier, wähle aus. Und alles wurde markiert. Ich drücke auf die Taste X und es wird gefragt, was ich löschen möchte. Möchte ich die Kanten, möchte ich die Flächen oder möchte ich die gesamten Punkte löschen? Und ich sage, wir wählen am besten die gesamten Punkte aus. Und wir sehen, oh schau, jetzt wurde nur ein bisschen gelöscht. Warum wurde ein bisschen gelöscht? Weil die Flächen, die im Vordergrund stehen, haben den Rest hinten blockiert. Das ist eine wichtige Sache, die viele falsch machen. Deswegen gehen wir noch mal zurück und wählen den Wireframe Modus. Also hier wieder dieses Drahtglitter Modell. Damit können wir gleich alles auswählen. Dadurch ist der Mesh durchsichtig und wenn man jetzt markiert, markiert es alles. Genau. Genau, richtig. Jetzt machen wir das Ganze jetzt noch mal. Wir wählen das hier aus, klicken auf X, Delete Vertices, alle Punkte und es ist ganz weg. Und jetzt seht ihr auch, warum wir das zur Seite geschoben haben, weil dass wir eben das jetzt sauber machen können, ohne dass wir aus Versehen vielleicht was von der neuen Palme löschen würden. Genau. Das Ganze machen wir jetzt noch mal hiermit. Also wieder Edit Modus. Wir sind im Wireframe Modus. Wir drücken die Tasten A und B, haben das Fadenkreuz und können dann ohne Probleme wieder mit X alles löschen. Jetzt haben wir hier wieder unsere Palme und die können wir jetzt abspeichern. File Save. Die heißt jetzt Kaufmodus Palme. Hier oben steht es auch noch mal. Also wir können jetzt wieder dieses Kaufmodus Palme Modell einfügen. Jetzt gehen wir hier wieder in Studio rein, importieren das Mesh, Kaufmodus Palme blend, also die Blender Datei davon, öffnen die und es hat funktioniert. Wir sehen, der Mesh wurde übernommen, aber wir sehen auch gleich, cool, da wurde einfach die Textur von der vorherigen Palme einfach mit übernommen. Das heißt, die Struktur ist da fast gleich gewesen. Wir könnten jetzt aus Spaß noch einen weiteren Swatch hinzufügen, weil das hier ganz gut klappt. Da können wir uns noch die Farbe vom Original holen, also aus dem Weltenmodus Objekt. Und das ist halt die hier. Und zufälligerweise passen die jetzt ganz gut zusammen. Wir sehen, da wurde das Texturgitter gleich verwendet. Also wahrscheinlich hat das ein und dieselbe Person gemacht. Und deswegen sieht man auch hier, wurde das gleichmäßig aufgeteilt. Deswegen kann man lustigerweise beide Texturen dafür verwenden. Das passt aufeinander. Ja, cool. Wollen wir es gleich so lassen oder wollen wir die andere noch mal rausmachen? Nö, lassen wir es doch so, oder? Ja. Ja, können wir machen. So, jetzt brauchen wir noch Farbcodes. Aber, ja, genau. Also das eine machen wir einfach mal orange. Dafür gucken wir mal ein bisschen danach. Wir könnten natürlich auch wieder in den Bildbearbeitungsprogramm gehen und dort nach der genauen Farbe suchen, indem wir den Farbcode, indem wir markieren und den Farbcode eingeben. Haben wir ja schon mal gezeigt. Genau. Aber jetzt probiere ich mich einfach hier mal ein bisschen. Ja, also das sind nachher die kleinen Vorschaubildchen. Wenn ihr die Farbe ändert vom Objekt, dann, ja, kommt das als Vorschaubildchen, ne? Genau, richtig, ja. So, jetzt haben wir hier einmal orange und einmal grau. Jetzt könnten wir hier noch, also wenn ihr noch die Lust dazu habt, könnten wir hier noch die ganzen einzelnen Meshes mit einfügen. Das machen wir auch mal schnell hier. In dem Fall müsste man eigentlich die einzelnen Qualitätsstufen wieder ein- und müssen wir wieder importieren und wieder bearbeiten und exportieren. Das gleiche Spiel, was wir eben schon gemacht haben, eben mit jeder Qualitätsstufe, ja. Mit jeder einzelnen Qualitätsstufe, genau. Wir machen es jetzt einfach mal nur, damit es einigermaßen vollständig ist. Wir zeigen es ja nur. Wir machen es ja nicht dreimal das Gleiche. Das wäre ja auch langweilig. Genau. Und so weiter. Ja, und in dem Fall, wo jetzt hier das Bild angezeigt wird, da brauchen wir es eigentlich nicht machen. Weil es auf der Textur drauf ist, genau. Genau, richtig. Da haben wir halt gesehen, oh, sieh mal an, der Kaufmodus ist, im Kaufmodus gibt es auch dieses Prinzip mit dem Bild übernehmen. Und deswegen kann man es gleich so lassen, weil hier sieht man es ja auch. Da wird einfach nur das Bild kopiert. Das trifft aber im Kaufmodus nie zu, weil Kaufmodus-Objekte werden nie zu einer Fläche, ne? Genau, richtig, ja. Ja. So, und damit hätten wir es ja. Wir könnten jetzt noch die Beschreibung verändern. Wir haben jetzt schon mal was vorbereitet hier. Ja, wir haben was vorbereitet. Die Palme von Welt. Genau, das können wir jetzt einfach mit STRG und C kopieren und dann hier einfügen. Mit STRG und V. Und jetzt habe ich hier noch eine Beschreibung. Genau. Das ist dann die Beschreibung für den Kauf- und Baumodus. Und der Preis? Weiß nicht, wie viel willst du machen? Lassen wir, oder? Kann man so lassen. Das ist ein bisschen billig, aber ja. Machen wir ein bisschen höher, weil die haben wir extra hier exportiert, die haben wir uns extra importieren lassen aus Oasis Springs. Die SimCity-Gärtner-Vereinigung hat alle ihre Ressourcen hier reingesteckt. Genau, richtig. Stimmt schon. So, das können wir jetzt einfach speichern mit Save und wir bekommen eine Benachrichtigung. Oh, es war erfolgreich. Jetzt können wir es bestätigen und können wieder zurückgehen in unseren Dateiexplorer. Und jetzt suchen wir uns unsere Datei. Das war hier die Package-Datei. Hier werden manchmal von Blender noch Zwischendateien gespeichert. Das können wir aber einfach ignorieren, weil immer die die aktuellste und wichtigste ist. Wir haben sie unter Kaufmodus Palme abgespeichert. Das können wir jetzt nochmal umbenennen, wenn wir wollen. In die Palme von Welt. Die Palme auf der Welt ist jetzt auch im Kauf- und Baumodus verfügbar. Wenn alles geklappt hat. Wir müssen ja nochmal ein Spiel reingucken dann auch. Die Palme von Welt. Genau, jetzt ist sie hier abgespeichert. Und jetzt können wir sie einfach wieder mit rechtsklick kopieren. Geben wir in den Ordner Electronic Arts. Hier sind es vier. Mods. Mit rechtsklick fügen wir das Ganze ein. Und jetzt können wir im Spiel nachschauen, ob es funktioniert hat. Yay. So, jetzt sind wir im Kaufmodus und wir können jetzt gleich mal gucken, das haben wir ja hier unter Gartenpflanzen. Das müssen wir ja bestimmt in der Gartenpflanzen finden. Ja. Und? Da ist es ja schon. Die Palme von Welt. Genau. Wir können das einfach auswählen und dann platzieren. Und wir haben auch schon, wie man sieht, hier die zwei Farboptionen, die wir vor uns ausgewählt haben. Cool. Da können wir uns jetzt hier beide platzieren. Genau. Die kann man auch bestimmt wieder vergrößern. Klappt auch. Ja, cool. Gut. Dann haben wir es doch. Sehr schön. Das Weltenobjekt ist jetzt im Kauf- und Baumodus verfügbar. Und man kann es auch hier in der Videobeschreibung runterladen. Ja, das stellen wir wieder zur Verfügung auch. Wenn ihr das haben wollt für euer Spiel, könnt ihr euch das herunterladen. Ja, damit sind wir am Ende. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Ihr habt da auch wieder vielleicht so ein paar Ideen dann. Und wenn ihr die habt, gerne, gerne kommentieren, gerne schreiben. Hier bei YouTube oder bei Twitter, Instagram und Co. Die Links zu uns findet ihr in der Videobeschreibung. Wie auch alle anderen Infos, was ihr dazu braucht, was ihr benötigt und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.